Hey Leute, es geht weiter mit unserem Landetraining am Flughafen Leipzig-Halle mit einer Boeing 777 von AeroLogic. Und im heutigen Teil von dem Landetraining, von dem dreiteiligen Landetraining, werden wir uns mal ein bisschen mit Crosswind-Landungen beschäftigen. Also heute werden wir mal ein bisschen üben mit einer Boeing 777 bei Crosswind zu landen. Wir sind auch gerade wieder im Anflug auf die Landebahn 2-6-Ride vom Flughafen Leipzig-Halle und haben jetzt erstmal zu Beginn für die erste Landung heute bei den Übungen für die Crosswind-Landings sozusagen haben wir heute erstmal leichten Crosswind mit 16 Knoten, Böen bis 19 Knoten und leichte Turbulenzen und mittelstarke Scherwinde sozusagen. Und dann werden wir das Flugzeug jetzt weiter auf die Landung vorbereiten und dann gleich auch selber übernehmen. Die Landebahn sollte dann bald da vorne erscheinen und dann probieren wir mal unsere Flugkünste hier aus. Gucken wir mal, wie gut wir das heute hinkriegen hier das Flugzeug bei Crosswind hier sicher zu landen. Am Anfang, wie gesagt, wird es jetzt noch nicht so extrem sein, wenn wir noch nicht so merken, dass das Flugzeug so stark schräg steht bei der Landung. Aber das wird dann jetzt im weiteren Verlauf von dem heutigen Teil ein bisschen stärker werden, weil da werden wir dann bei den nächsten Landungen halt dann auch stärkeren Crosswind haben. Aber jetzt gucken wir erstmal, wie das so klappt. Machen wir die Flaps jetzt ruhig auf Full. Die Landebahn kann man jetzt so leicht da vorne sehen. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennt. Jetzt sollt ihr so spätestens erkennen. Jetzt haben wir nämlich auch die Pappy-Leuchten da vorne. Der Autopilot ist disengaged, disconnected, I have control und runter geht es, Leute. Ein bisschen nach links noch korrigieren. Der Crosswind hat uns nämlich schon rüber gedrückt. Der Crosswind kommt nämlich aus Heading 210 ungefähr. Das heißt, die Nase steht jetzt im Anflug leicht in der... Also wir fliegen ja so an, ich weiß gar nicht, wie dieses Anflugverfahren hieß, haben wir beim letzten Landetraining bei Crosswind, glaube ich, mal angesprochen. Irgendwas mit Grabbing oder irgendwie sowas, weil man das Flugzeug so grabbt am Ende sozusagen. Also man stellt die Nase während des Anflugs halt in den Wind, was wir jetzt hier auch haben. Wir fliegen eigentlich jetzt so ungefähr in Windrichtung mit der Nase. Und im letzten Moment, kurz vorm Touchdown mit dem Ruder, haben wir das Ruder halt sozusagen so rein, haben wir so in die Pedale sozusagen vom Ruder, dass wir die Nase auf die Centerline ausrichten und damit dann, genau, schön geradeaus landen, um möglichst halt den Reifenabrieb und sonstige Sachen halt mit dem Flugzeug, um das Flugzeug möglichst dabei zu schonen während der Landung. Wir machen ja trotzdem Landegeschwindigkeit 141 Knoten, auch wenn wir... Ja, 137 ist ja vom Flugzeug berechnet, aktuell passende Landegeschwindigkeit ein bisschen was drauf. Ihr seht, das variiert eh noch ein bisschen. Und so soll das dann ganz gut hinhauen. Man merkt schon, ein bisschen schräg stehen wir. Wir probieren nämlich im Moment gar nicht so wirklich um die Kurve zu fliegen, sondern eigentlich doch relativ geradeaus zu fliegen. Und diese schräg, dass wir so schräg zur Landebahn, merkt man ja, die Landebahn ist ja schön gerade. Und das Flugzeug ist irgendwie nicht so ganz passend darauf ausgerichtet, obwohl wir darauf zufliegen. Da sieht man jetzt schon hier den Crosswind. Leider ist halt irgendwie im Endi der Wind nicht dargestellt. Wieso das ist, weiß ich jetzt auch nicht, aber soll uns jetzt nicht stören. Genau, aber vom Descent und so weiter sieht es echt gut aus. Ich glaube, wir sind gerade echt gut auf dem Glideslope. Von den Papilleuchten passt das auch ganz gut. Das ist jetzt ungefähr zwei Weiß, zwei Rot, wobei das eine verlackert so ein bisschen. Ist noch nicht ganz so sicher, was es uns jetzt anzeigen soll. Doch jetzt sind es auf jeden Fall zwei Weiß, zwei Rot, so können wir gut weiter runter. Die ersten Landungen im letzten Teil, ersten Teil vom Landetraining waren ja schon mal ziemlich gut. Und dann gucken wir mal, wie wir uns jetzt hier bei Crosswind mit dem Flugzeug hier anstellen. Haben wir ja bis jetzt ja noch nie hier gehabt. Ich bin bis jetzt auch noch nie bei Crosswind mit dem Flugzeug hier gelandet. Aber jetzt haben wir erstmal ja nur leichten Crosswind. Ich weiß nicht, ob man es jetzt schon erkennt, wobei das gucken wir uns dann später mal an. Aber was, why? Na ne doch, wir lassen es mal mit dem Sichtfenster. Ich habe gerade überlegt, ob ihr noch ein Sichtfenster aufmacht, das ihr jetzt nochmal besser seht mit dem Fahrweg. Ob das jetzt sanft aufkommt oder nicht. Aber lassen wir mal, weil sonst sind die FPS doch ein bisschen zu gering. Und beim Anflug ist es doch immer ganz gut, wenn man doch ein paar mehr FPS hat, damit man das schöne Flugzeug gut kontrollieren kann. So, da kommen wir schön runter. Muss mal gucken, ob wir heute nur zwei Landungen bei Crosswind machen oder eine dritte auch noch. Das weiß ich jetzt noch nicht ganz genau. Das werden wir dann sehen. Jetzt machen wir aber erstmal hier die erste. Die nächste dann aber, wenn die jetzt gut läuft, dann doch bei stärkeren Bedingungen nochmal. Und dann im dritten und letzten Teil vom Landetraining, wie ich es ja im ersten Teil angesprochen habe, werden wir uns nochmal ein bisschen so ums ILS kümmern. Mal ein bisschen mit dem ILS uns anschauen. Autoland. Und bei schlechten Bedingungen halt sehr stark eingeschränkter Sicht und so landen. So. Das sieht aber gut aus. Zwei Weiß, zwei Rot. Jetzt kommt auch nochmal eine Weiße dazu. Das heißt, noch ein bisschen die Nase weiter runter. Aber wir sind schön sanft im Approach. Die Turbulenzen sind halt leicht, deswegen merkt man die nicht so wirklich. Besonders bei so einem großen Flugzeug, glaube ich, sind so Turbulenzen nicht so... Leichte Turbulenzen eh nicht so stark präsent, wie jetzt bei einem kleinen... Wie bei der Twin Otter zum Beispiel. So, 400 feet. Und das macht jetzt auch nicht so wirklich was, wenn wir nicht in der Touchdown-Zone, würde ich sagen, aufsetzen, sondern eher erstmal sicher bei Crosswind hier aufsetzen. Aber wenn wir in der Touchdown-Zone sind, wäre natürlich trotzdem optimal. So, gleich kommen wir auf 200. Man merkt schon, wir kommen echt schräg rein. Aber trotzdem schön in der Touchdown-Zone anvisieren. Und die Landung kann ruhig auch ein bisschen härter sein dafür, aber sicher. Das ist wichtig. So, 100 feet. Gleich sind wir am Boden. Da ist der Schub auf Idle. Abfangen. No Skier. Na, kaum ausrichten. Und... Touchdown. So, ne, Reverse ist nicht rein. No Skier down. Auto-Thrust auf. Und... Ja, Schub wieder erhöhen. Wobei, das ist noch ein bisschen mit den Flaps egal. Wir fahren jetzt den Schub wieder voll... ...auf. Und... ...heben ab, auch wenn er jetzt dich gleich wahrscheinlich beschweren wird, oder? Ne, doch nicht. So, dann werden wir sofort wieder beim Abheben sofort wieder weggedrückt. So. So. Gucken wir uns mal die Sofortwiederholung an. Aber das war doch, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Man hat schon so gemerkt, wir sind am Ende noch so ein bisschen links und rechts hin und her geschwankt. Aber ich glaube, das war an sich echt gar nicht so schlecht. Für die erste Crosswind-Landung mit dem Flugzeug. Und dafür trainieren wir das ja hier, falls wir es dann mal in echt, sozusagen, oder in echt, beziehungsweise halt mal irgendwann während eines Fluges hier im Let's Play dann mal haben werden. Dass wir dann auch darauf gut reagieren können, sozusagen. So, ja, wie ihr seht, leichter Crosswind. Aber man merkt schon, das Flugzeug steht schon schräg. Das ist schon was anderes als sonst immer. So, dann haben wir es aber hier schön gecrabbt, sozusagen, ausgerichtet. Ist nicht ganz gleich in Richtung Boden gekommen, aber dann schön Touchdown. Ich glaube, der war auch echt schön sanft und dann hier schön das Noseki so ausgerichtet gab. Aber man hat ja schon gesehen, wie man gleich wieder gegenkämpfen musste, weil der Wind auch das Flugzeug am Boden wieder zur Seite drücken wollte. Und dann beim Schubbegeben ging es dann gleich wieder hoch. Und das Flugzeug wurde gleich wieder hier, zschumm, vom Crosswind erfasst. So, ich unterbreche hier, fliege wieder eine Runde und dann machen wir die nächste Crosswind-Landung dann mit etwas schweren Bedingungen. Also dann, bis gleich, Leute. So, Leute, weiter geht's. Wir sind wieder im Anflug auf die Landebahn, 2-6-Ride vom Flughafen Leipzig-Halle. Und jetzt haben wir auch nochmal deutlich schwierigere Wetterbedingungen, deutlich heftigeren Crosswind. Wie ihr jetzt seht, wird hier auch beim Andy der Wind und die Windrichtung angezeigt. Und zwar haben wir jetzt hier eine Windgeschwindigkeit von 24 Knoten aktuell. Wir können auch Böen bis zu 28 Knoten bekommen. Und der Wind, der kommt ungefähr aus Heading 2-0-0. Also ziemlich in so einem 90-Grad-Winkel fast aufs Flugzeug drauf zu. Wir reduzieren wieder auf Final Approach-Speed. Diesmal würde ich sogar sagen, machen wir mal 145 Knoten. Nur weil, ähm, ja, so eine Wind-Correction ja immer draufgerechnet wird. Und, ähm, da, genau, passen eigentlich 145 Knoten jetzt ganz gut bei einer berechneten Landgeschwindigkeit von 136 Knoten aufgrund des aktuellen Gewichts. So, weil, da haben wir jetzt, wir haben nämlich jetzt auch nochmal starke Turbulenzen. Scherwinde sind weiterhin so stark wie vorhin, aber Turbulenzen halt jetzt nochmal stark. Man merkt es auch hier viel mehr, wie das Flugzeug immer mal so leicht hoch und runter geht. So starke Turbulenzen, ja, sind auch bei großen Flugzeugen dann viel eher zu spüren. Bei kleinen wäre es natürlich nochmal viel heftiger das Gefühl von den Turbulenzen, obwohl sie gleich stark wären. Aber ich denke mal, bei kleinen Flugzeugen merkt man sowas halt viel eher als bei großen. Die stecken sowas eher nochmal weg, so leichte Turbulenzen. Das sind die Schwankungen und so, das merkt man noch nicht so extrem dann da. Ja, so, wir sind es soweit mit dem Flugzeug ready für die Landung. Und, genau, die Papilleuchten sind auch zwei weiß, zwei roten. Ich würde sagen, wir machen jetzt auch nochmal eine vollständige Landung. Ist auch, glaube ich, jetzt, ich würde sagen, das ist jetzt die letzte Landung für den heutigen Teil hier. Und letzte Landung dann fürs Üben hier mit dem Landetraining. Genau, haben wir erstmal bei leichten Crosswind, jetzt sind wir bei stärkerem Crosswind hier geübt. Auto-Breaks sind auf 2, Speed-Breaks sind armed. Und dann machen wir jetzt nochmal eine vollständige Landung hier bei 24 Knoten. Crosswind, ich glaube, wir erreichen jetzt auch so langsam hier damit das Crosswind-Limit von dem Flugzeug, weil die sind jetzt schon relativ hoch, die Crosswind-Bedingungen. Ihr seht, das Flugzeug steht schon relativ schräg. Und jedes Flugzeug hat ja so seine Crosswind-Limitations oder seine Crosswind-Limits, was so maximal an Crosswind-Bedingungen mitmachen kann, bevor es halt dann doch nicht da landen kann, woanders landen muss, aufgrund der Windbedingungen. Genau, und ich denke mal, bei so die 777 sollte das jetzt hier noch ganz gut auf jeden Fall mitmachen können, aber wird irgendwann wahrscheinlich auch schon langsam kritisch. So, wir sind aber ziemlich gut, finde ich, im Approach. Und dann hoffen wir mal, dass wir jetzt schön in der Touchdown-Zone aufsetzen. Wobei, das ist mir eigentlich gerade im Moment nicht so wichtig, in der Touchdown-Zone passend aufzusetzen, sondern einfach sicher aufzusetzen. Man kann ruhig, auch besonders bei so Crosswind-Bedingungen, mal richtig betont auch aufsetzen, richtig Wumms. Natürlich sollten die Reifen nicht platzen, aber man kann ruhig, das wird jetzt auch nicht so schnell passieren wahrscheinlich, aber einfach nur, dass man sicher halt aufsetzt, dass man auf der Bahn auch wirklich drauf ist und nicht wieder in die Luft geht oder irgendwie sowas. Ihr habt ja vielleicht mal, ich habe ja schon öfters mal so ein Video von Crosswind-Landings bei heftigen Bedingungen verlinkt, als es mal wirklich richtige heftige Winde hier in Deutschland gab und da manche Leute halt so Videos da von den Landungen gemacht haben. Da habt ihr auch mal schon gesehen, wie stark die Flugzeuge manchmal dann doch aufgesetzt sind oder so. Aber lieber halt sicher dann aufsetzen, anstatt halt, ja, von der Landebahn abkommen oder sowas. So. Oder im Notfall halt natürlich ein Go-Around machen. Aber wir gucken mal, dass wir das jetzt auch ohne Go-Around hinkriegen. Und, gut, es war jetzt halt nicht so ein Landetraining heute mit so, wo wir jetzt nur Crosswind gemacht haben. Vielleicht werden wir sowas irgendwann mal bei der 777 auch mal machen. Heute war eher mal so ein gemischtes Landetraining mit verschiedenen Bedingungen heute mal. Genau. Halt nächstes Mal im dritten und letzten Teil vom Landetraining dann noch mit dem ILS. So, jetzt gucken wir, dass wir jetzt hier aber mal schön diese Landung absolvieren. Ich bin jetzt auch mal ein bisschen ruhig, werde jetzt mal nichts sagen, weil ich mich mal schön hier auf die Landung konzentrieren kann. So, zwei Weiß, zwei Rot, so ist gut. Kommen über die Lead-In-Lights. Sieht, glaube ich, gut aus, wenn wir grabben dann, also ins Flugzeug ausrichten, sollten wir gut mit der Centerline, äh, das Flugzeug bekommen in die Richtung. Abfangen. Und ausrichten. Und runterkommen. Touchdown. Reverses. Und die Auto-Breaks arbeiten, Speed-Breaks sind draußen, sehr schön. Sicher gelandet in Leipzig-Halle, trotz dieser Windbedingungen. War schon krass, die wieder hin und her gegangen sind die ganze Zeit. So, Auto-Breaks off und Speed-Breaks gehen rein. Und wir gucken uns die Sofortwiederholung an. Ja, echt gut. Ey, das war doch gar nicht mal so schlecht, finde ich. So, Sofortwiederholung. Oh, 60 Sekunden. Es ist zwar ein bisschen hin und her geschwanke dabei gewesen, aber, guck mal, hier merkt man schon richtig den Unterschied im Vergleich zu eben mit dem, äh, wie das aufgrund der Windbedingungen gleich viel anders ist. Wie viel stärker das Flugzeug jetzt hier schräg steht. Wir haben ja ganze, äh, was haben wir denn? 8 Knoten stärkeren Wind jetzt hier gehabt im Vergleich zu davor. Und jetzt halt noch die starken Turbulenzen dazu. Aber das haben wir echt ganz gut gemeistert, glaube ich. Wir sind zwar ein bisschen hin und her, aber wir sind immer noch auf der Bahn aufgesetzt. Und das ist schön sicher. So, da kamen wir rein. Dann hier das Flugzeug gegrabt. Oh, da hat uns der Wind noch ein bisschen rüber gedrückt. Aber wir sind noch, da noch ein bisschen nach links. Und dann, ja, zwei auf der rechten Hälfte von der Centerline, aber wir sind sicher aufgesetzt und dann hier schön abgebremst. Aber so sieht das manchmal auch in echt aus, wenn ihr euch mal so ein Video anschaut mit, ähm, so ein Video anschaut bei, äh, mit Landung bei Crosswind. So, machen wir ganz mal 80 Sekunden. Machen wir hier in der Botei, tauern sich das dabei jetzt vielleicht nicht so spektakulär. Wir gucken uns das Ganze mal nur von vorne an. Als ob man das jetzt hier so von vorne beobachtet hätte. Wir, warte mal, nicht so ganz auf die Nase, sondern so wirklich, als ob wir jetzt, äh, am Ende der Landebahn gestanden hätten, so, also, so auf der Landebahn gewesen wären. Weil so ist das Flugzeug ja hier so auf die Landebahn drauf zugeflogen. Man meint ja so, hä? Aber so ist ja nicht drauf zugeflogen, sondern wir sind ja so ungefähr drauf zugeflogen. Das sollte zumindest irgendwie sein. Wir werden ja gleich die Lead-In-Lights sehen. Dann sehen wir ja, ob wir es so richtig sagen, ob ich es gerade richtig so gesagt habe. Da kommen sie, genau, dass wir so ungefähr auf den Lead-In-Lights, Richtung der Lead-In-Lights sind. Genau, weil so wäre nämlich die Landebahn-Richtung gewesen. Dann hier schön runtergekommen. Immer näher zur Bahn. Und dann da Touchdown und Nose ausrichten, um möglichst halt die Reifen nicht so zu belasten. Echt diesen Grab-Modus, also dieses Crosswind-Lande-Verfahren kriegen wir echt schon gut hin, muss ich sagen. Das war jetzt echt richtig gut, finde ich. Das sah richtig gut aus. Also dieses Verfahren, dass man das Flugzeug so grabbt und dann halt so ausrichtet, ist echt gut gelaufen. So Leute, ich würde sagen, das war es schon wieder an der Stelle von diesem Teil vom Landetraining. Im nächsten und letzten Teil, da haben wir uns noch ein bisschen mit dem ILS beschäftigen, die Frequenz dann eintragen. Und erstmal bei Sichtlanden, dass wir nochmal ungefähr, ja, 5,5 Fuß über Boden irgendwann dann den Sichtkontakt zum Boden haben. Und dann übernehmen können und dann die letzte Landung vom Landetraining wird dann so sein, dass wir mal eine komplette automatische Landung machen. Das heißt, das Flugzeug komplett von alleine landen lassen. Gucken wir uns auch nochmal an, wie das dann sein wird. Und das war es damit hier an der Stelle schon wieder von dem Teil hier. Wenn er euch gefallen hat, vergesst nicht, das Video positiv zu bewerten. Auch gerne die Landung könnt ihr auch gerne in den Kommentaren bewerten. Dann hören wir uns im nächsten Teil wieder. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, haut rein. Euer LineGamer1. Ciao.